Ich sehe die Primaten des Seins, sehe ihre unheimliche Sphäre des Verrats, sehe, wie sie sich selbst um den Verstand bringen, sehe ihre blutrünstigen Augenblicke. Sie möchten so gerne vertrauen, lieben und ehren. Dennoch misstrauen sie sich jeden Tag aufs Neue. Sie haben Angst vor des Anderen Emotionen, spüren nicht mehr des Freundes Ehrlichkeit, bekriegen sich jeden Tag um ihre Gefühlslast, wissen nicht mehr ein noch aus vor lauter Schmerz, möchten verstanden werden und wissend des Anderen. In ihrem Inneren nur eiskalte Wut, Treue ist nur noch ein Wort in so einer Zeit erleben, doch das einst wieder so sei wie damals. Tausende Gedanken, Hoffnungen und Wünsche zelebrieren mein Dasein. Wo ist die Treue geblieben und der Zusammenhalt? Der Schmerz Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020